Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Es geht weiter hier im Programm. So. Warte mal. Ist das denn nicht? Hä? Da hinten? Ich hab doch gesagt, ich war doch grad da oben. Ah, das war eins zu hoch. So. Dann komm ich hier hin. Sehr gut. Uff. Dieses Rumgehäule hier, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt kam der Fall. Oberkommando, strategischer Abzug eräuft. Okay, unsere Maschinen sind in der Luft. So, jetzt kann sich die Fauna schnellstmöglich wieder erholen. Sehr schön. Wir haben's geschafft. Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Lektar finden. Aber irgendwo die Tür ist aufgegangen, oder? Okay. Hey, weißt du, ich beobachte seit Monaten, wie Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Lückeroberungen haben wir gemacht. Sehr gut. Dämmungsspruch. Neu, Jagdbucheintrag. Blick da rein. Machen wir später. Ich weiß nicht, was... Sieht aus, als hätten sie mitgenommen, was ging. Einsammeln. okay warte wir sammeln erstmal alles ein was wir hier können und dann können wir mal genau okay da rüber na, oh, gehst du denn hin? so erledigt geöffnet endlich mal ein Upgrade Pupgun sehr schön, und das hier was gibt's denn? Werbearmbahn Armschutzmode, okay das haben sie schon mitgenommen, da war leider nichts mehr ja, okay da ist nix Löcheranzüge uninteressant, okay also ist wirklich nix mehr da dann haben wir schon alles gelootet hier unten das kennen wir schon die Kiste, da haben wir auch gelootet gut also zurück zum Dings zum Honig sammeln zu den natürlichen ist schon voll dahin müssen wir okay da rüber dann wollen wir mal so raus aus dieser ekelhaften Station die Fauna wird sich schon wieder erholen in die Richtung muss ich genau hoppa das hat mich aber jetzt wirklich das war nah der nah der Tobak hoppa da tobt wie der irgendwo krieg auf meiner linken Seite da hinten da das war es zu zeigen ich komme warte ja bitte natürlich ich nehme sie gerne an also dann wilde Tiere die von RDA getroffen wurden müssen besänftigt werden bevor diese entfernt werden okay der ist wie soll ich denn das denn machen alles gut entspann dich na komm jetzt kommt sie da ich tue dir nichts immer sagte so ist es besser oder jetzt bist du frei das nächste mal jage ich dich da in die Richtung die in der ist der die und die 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 ich wollte dir eigentlich nichts tun danke für die gaben der rest geht jetzt bei euch am besten wir nehmen diese gabe mit wollen die ja nicht verschwenden danke für die gaben danke für die gar nicht ist da ist er doch das kann gefährlich werden beute für kochzutaten ist voll okay mein beutel ist voll das heißt material wie rezepte wo kann man denn da hier mein kochbeutel ist voll ich bin extra bis hierhin gekommen jetzt beutel da ablegen essen ist das ist das immer ein bisschen power nahrung kommen noch mal was verkaufen wieder oder wir das abgeben immer noch vor kann doch gar nicht sein auch hier ja das kann nur der hier sein so okay jetzt haben wir es doch sachte ziehen habs schnell weg was ist das für ein schönes zeug das war keine absicht ich wollte gar nicht geschlagen das war bestimmt so ein teurer honig der man nicht immer kriegt hier gibt es lauter von diesen wirklich viel in diesem holig hier aber nicht von dem roten da der jetzt gerade so schon geglänzt hat da ist noch mal was können wir auch noch nicht nehmen wir als menschen kannst du helfen ich suche noch nach diesem wunderschönen roten honig aber ich finde leider nicht mehr weil ich dumm war und ihn kaputt gemacht so oder so ich will dir nichts böses ja ich müsste schnüpfen irgendwie stimmt das irgendwas in den Kopfhörern ich hatte das Sound vom Spiel ich weiß es nicht aber aber ich kann jetzt keinen avatar entdecken hier ist noch ein bisschen honig den können wir auch noch mitnehmen ich glaube der ist sehr kostbar also den zu nehmen ist wirklich tadellos hier guck davon haben wir noch genug ok du kannst mir helfen wenn du mir sagst wo du bist das wäre schon eine große Hilfe ich finde sie nicht ich weiß es nicht wo magst du denn sein hier hier da ist schon wieder einer alles gut entspann dich bleibt doch stehen das war's für dich wo soll denn diese frau bitteschön sein die hat mich irgendwo hier angesprochen ich habe was für dich hier aber ich kann sie nicht finden lilafarbene pflanze die wie schraubpflanze ich finde die frau netz ich habe keine ahnung wo sie sein sein beim besten will ich glaube wir können noch 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 suchen aber hinten tun wie sie nimm er deswegen geben wir jetzt einfach mal unsere sache nach da richtung da ist unsere richtung da hing hier so schön das ding und ich hab's dann einmal mit der faust ich hab's zerstört dummkopf wo sind wir denn überhaupt jetzt auf der karte wo müssen wir jetzt hin durch die augen ein was hier vorne die ist gar nicht so weit da sind ein paar soldaten wieder vorbei ohne dass er uns entdeckt auf der karte weil die boden schätze unter unseren füßen keine schande wie zu vergeuden die einheimen ja ja Ja, das musst du auch nicht sehen, so. Die Nahrung haben wir noch genug. Ich war genau hier. Ich sehe das Ziel nicht mehr. Oh Gott, deine ganze Armada hier. Ja, Wahnsinn. Irgendwas. Die kleinen Menschen haben nie was, ne? Nur ihre Roboter. Da können wir uns bedienen. Die Sturmgewehr ist voll, okay. Jawoll. Nahrung. Sonstiges. Da hinten ist auch noch mal was. Hier ist noch mal ein schönes Päckchen. Oh, abtrünniges Arm. Abtrünnigen Armschutz. Ich müsste mich auch mal um die Verkleidung kümmern des, äh, unseres Avatars. Zwei. Hey, da war gerade was seltsam. Was war seltsam? Ich hab Wartungsarbeiten durchgeführt. Das Filtersystem macht mich fertig. Und ist mir mal aufgefallen, dass wir... Priya, komm zum Punkt. Oh, ja, tschuldige. Ich hab versucht, einen Teil zu erreichen. Aber dann schlendert Noah rüber und meint, lass mich mal helfen. Und er gibt mir das Teil. Was hast du gesagt? Nichts. Ich hab nur stark gelächelt. Jedenfalls, er hilft wirklich in letzter Zeit immer mehr. Sogar Menschen. Vielleicht gewöhnt er sich nur an dich. So schlimm bist du ja gar nicht. Ja, du hast recht. Warte kurz. Jetzt will ich sofort immer diese Tiere alle töten. Wo ist denn denn dieses Tier? Hier. Ihr wollt's unbedingt immer wissen, wa? Alles gut! jetzt wollte es wissen ich muss sie jetzt alle an die die Wolle aber dann haben wir die Wolle ihr wollt es ja wissen ich denke wir können für die gar steigert dauerhaft gesteigert vier minuten maximal in der verschiedenen regionen vor ort zu finden müssen aber da entlang ich kann es kaum erwarten diese gaben mit dem plan zu teilen ich hoffe sie freuen sich das werden sie ich sehe es jeden tag sei gegrüßt schön einen freund zu treffen sei gegrüßt wir sollten heute nicht zu lange unter weg da kommt diese steile wände gar nicht so hoch müssen wir woanders hin warte mal dann gehen wir mal hier rüber schauen wir mal ob wir hier irgendwo einen aufstieg finden da gibt es einen schönen aufstieg zack 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 jetzt sind wir da hoffentlich klappt das wird es denn wehtun nein nein ey war deine arme heißen uns willkommen eins mit allem was ist verbunden durch dich begleite diesen reisenden bring ihn ins herz des nests die königin nicht der heimatbaum sie ist zufrieden sie will mir etwas zeigen das machen wir das nächste mal liebe leute danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal